Mein Name ist Johannes Braumann, ich leite die Abteilung Creative Robotics an der Kunstuniversität Linz. Wir arbeiten mit großen Roboterarmen, sind aber keine Maschinenbauer. Stattdessen sehen wir die Roboterarme als universelle Schnittstelle zwischen der digitalen und physischen Welt und entwickeln Software, um diese Maschinen zugänglich zu machen. Das geschieht in einem industriellen und handwerklichen, aber auch in einem künstlerischen Kontext. Genau das ist das Spannende an den Robotern. Nur weil sie aus der industriellen Massenfertigung kommen, heißt es nicht, dass man damit nicht auch kreative Einzelstücke fertigen kann. Nur weil sie aus dem Automobilbau kommen, heißt es nicht, dass man mit diesen Maschinen nicht auch tanzen kann. Das Thema Changing Time Shaping World der Vorlesungsreihe weist für mich auf die großen und schnellen Veränderungen hin, denen wir durch Prozesse wie Digitalisierung und Automatisierung ausgesetzt sind. Sehr oft denkt man dabei nur auf die negativen Auswirkungen. Gerade in den Bereichen des Handwerks und der Kreativwirtschaft können die Prozesse hingegen ganzen Branchen einen nachhaltigen, neuen Schwung geben. Bei Changemaker Prozessen ist es mir immer wichtig, Technologie nicht als Selbstzweck zu verwenden, sondern zu hinterfragen, welcher Mehrwert einem durch eine Technologie wie die Robotik erschlossen wird. Es gibt ja das Sprichwort, dass sinngemäß für einen Hammer jedes Problem wie ein Nagel ausschaut. Das Schöne an der Robotik ist, dass der Hammer sehr wandlungsfähig und anpassbar ist. Ich hoffe mit meinem Impuls einen, zumindest für manche, neuen Blickwinkel auf die Digitalisierung und Automatisierung werfen zu können. Das soll nicht von den zu hinterfragenden Aspekten ablenken, aber das Potenzial dieser Technologien für Kreative hervorheben. Die Platte für Kreative hervorheben, die die